Der Generalstreik wird in Frankreich der Generalstreik ausgerufen, der mehrere Wochen lang dauert. 10 Millionen Arbeiter streiken. Die Studenten besetzen die Fakultäten und gehen auf die Straße. Sie solidarisieren sich mit den Arbeitern. Bei den Demonstrationen kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, bei der die Spezialeinheit, die CRS, mit extremer Härte eingreift und bei der Tausende verletzt und mehrere Personen getötet werden. Während des Streiks werden neue Formen der Kommunikation auf der Straße und in den besetzten Fakultäten erprobt. Verbotene Zeitungen werden täglich neu gedruckt und illegal vertrieben. Plakate und Wandzeitungen werden in Kollektivarbeit hergestellt. Die Kunst soll als Werkzeug des politischen Kampfes gebraucht werden. Jeder hat das Recht, in Kommissionen und Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Jeder hat das Recht, in Wandinschriften, Zeitungen und Plakaten das Wort zu ergreifen. Es ist verboten, zu verbieten, heißt eine der Wandinschriften auf den Mauern der Sorbonne. Auch Filmleute sind unter denen, die sich dem Kampf der Arbeiter und Studenten anschließen. Sie wollen den Film als Waffe im politischen Kampf benutzen, als Mittel zur Aufklärung über alles, was die bürgerliche Presse absichtlich oder unabsichtlich verschweigt. Der Film ist für sie das wirksamste Mittel zur Agitation und Information. Ein Ausschnitt aus einem der Filme, die im Mai und Juni kollektiv gedreht wurden, Da die Vorführung der Dokumente inzwischen verboten wurde, werden die Filme illegal gezeigt. Ich glaube, dass ein Arbeiter, der bei einem Film mit Macht verstehen wird, welchen Unterschied es ausmacht, ob er als Zuschauer irgendeinen idiotischen Film anschaut oder ob er selbst Filme macht. Bisher hat ihm das die bürgerliche Gesellschaft verweigert und er weiß genau, dass es für ihn eine einmalige Chance ist, einen Film zu machen und dass er diese Chance nie wiederhaben wird, eben weil die Filme gewöhnlich von der bürgerlichen Gesellschaft gemacht und bestimmt werden. Die Filme vom Mai, so wie dieser, der die Solidarisierung der Arbeiter und Studenten zeigt, sollen die Erinnerungen an die Ereignisse des Mai wachhalten und zur Fortsetzung des Kampfes aufrufen. Wir versuchen auf keinen Fall, die Filme für die Regierung akzeptabel zu machen, indem wir bestimmte Sequenzen herausschneiden. Wir werden sie weiterhin im Originalzustand zeigen und im Untergrund einen Vertrieb aufbauen, über den die Regierung keine Kontrolle hat. Ausschnitt aus einem Film, der die Repression der Polizei und die Gewalt auf der Straße analysiert. Das ist ein Film, der die Hörger und die Gewalt auf der Straße ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020